Ja, ist der große Favorit, hat viel Qualität, ist aber jetzt noch nicht so in den ersten zwei Spielen mit einer Dominanz aufgetreten, dass sie da zu vielen Großchancen gekommen sind, eigentlich relativ wenig. Und ja, das müssen wir versuchen auch zu schaffen. Natürlich kriegen wir mit, dass wir eigentlich chancenlos sind in Dortmund. Und trotzdem geht das Spiel los und es hat noch keinen Endstand auf der Anzeigentafel. Und dann ist unsere Pflicht, unsere Aufgabe, auch mit unserer Überzeugung, alles dafür zu tun. Oder anders gesagt, das Unmögliche probieren, um das Mögliche zu erreichen. Da möchte ich schon eine Mannschaft sehen, die da jetzt nicht mit großen Augen über den Platz läuft, sondern die sich daran erinnert, was wir vorhaben, was unsere Aufgabe ist für dieses Spiel, was wir uns ausgedacht haben und das mit voller Überzeugung umzusetzen. Ich weiß nicht, ob mir das zusteht, als Trainer vom 1. FC Heidenheim darüber zu sprechen, wann der richtige Zeitpunkt ist, gegen Dortmund zu spielen. Das ist mir eigentlich auch echt bummsegal. Wir spielen dann, wenn es ansteht und wenn der Schiedsrichter anpfeift, dann müssen wir da sein, unabhängig davon, in welcher Konstellation sich der Gegner befindet. Ich glaube, unsere Stärke war immer, uns auf uns zu konzentrieren und uns jede Woche dahin so vorzubereiten, dass wir mit einer entschlossenen Einstellung, auch mit der Überzeugung, ein gutes Ergebnis erzielen zu können, in die Partie gehen. Und wir machen uns nicht in die Hose, sondern wir werden unser Bestmögliches geben. Das haben wir jetzt auch in den ersten Spielen gezeigt, dass wir nach der ersten Halbzeit in Wolfsburg, wo wir echt so ein bisschen noch gebraucht haben, um reinzukommen, es dann in beiden Spielen richtig gut gemacht haben. Also, ja, frei raus, mutig sein, das ist ja unser Weg, das ist unsere DNA. Ah!